Borussia Dortmund und Schalke 04 fusionieren. Paukenschlag in der Bundesliga. Soeben kündigten die Vorstände von Schalke 04 und Borussia Dortmund den Zusammenschluss der beiden Vereine an. Nur mit vereinten Kräften sei es möglich, den derzeit übermächtigen FC Bayern München Paroli zu bieten. Schon in der kommenden Saison soll anstelle der beiden Teams die Spielvereinigung Ruhrpott 0409 auflaufen. Um beiden Seiten gerecht zu werden, habe man sich bereits auf eine ansprechende Kombination aus Gelb und Königsblau als neue Vereinsfarbe geeinigt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017